Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge eines neuen Projekts und zwar der Custom-Kampagne zu Starcraft 2 namens Annihilation. Das ist wie gesagt eine Custom-Kampagne, also eine Kampagne, die von einem Fan des Spiels erstellt wurde und nicht von Blizzard offiziell erstellt wurde. Sah aber sehr vielversprechend aus, ich hoffe, das wird sich auch erfüllen, also die Bewertungen sind aber auch grandios, deshalb nehme ich mal an, dass das so sein wird. So ein paar kleine Daten zu dieser Kampagne, bevor es wirklich losgeht. Es wird eine Custom-Kampagne sein, die 24 Missionen hat, davon sind schon 19 veröffentlicht zum Aufnahmezeitpunkt, die letzten 5 noch nicht. Ich hoffe, das wird sich noch so ein bisschen regulieren in der Zeit, wo das ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich wird es dann am Ende noch nicht ganz das Finale geben können, sondern da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen. Aber ich habe jetzt richtig Lust drauf, diese Kampagne zu starten, deshalb werden wir das machen. Der Ersteller der Kampagne ist, jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig aussprüche, Dudkey SC2, vermutlich irgendwie auf Englisch, wie genau, weiß ich nicht genau, wie man es aussprechen soll. Link zu diesem Projekt ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, dort könnt ihr das Projekt sehen, beziehungsweise auch selber herunterladen und euch nochmal die Hintergrundinformationen zu dieser Kampagne anschauen. Also achtet da auf die Videobeschreibung. Ihr seht hier schon ja im Hintergrund den Ladebildschirm zur ersten Mission, die Kampagne ist auf Englisch und ich werde versuchen, das zu übersetzen. Das wird mir wahrscheinlich nicht immer so korrekt gelingen, aber so ungefähr hoffentlich dann schon, zumindest, dass man den Sinn versteht. Die Kampagne wird aus drei verschiedenen Storylines bestehen und sich dann im Finale zu einer bündeln, da freue ich mich schon drauf. Ich weiß noch nicht so richtig, was abgeht, nur den Plot habe ich schon gelesen, den werde ich euch jetzt auch gleich nochmal vermitteln. Vorher sei aber noch gesagt, in dieser Kampagne wird es alle drei Rassen zu sehen geben. Wir werden auch alle drei Rassen spielen können, sodass es ja sehr schön dann, glaube ich, dazu kommen wird, hier eine schöne Story-Erfahrung zu gewinnen. Also der Plot ist folgendermaßen. Der Ermittler Maxwell Reeves aus dem Spec Ops Infiltration Program landet auf der Oberfläche des Planeten Kallitus IV, um terranische Siedler bei einem, so macht es dem Anschein, kleinen Zernproblem zu helfen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dies einen Prozess in Gang setzt, der das Schicksal des gesamten Universums besiegeln könnte. Verschiedene Parteien müssen zusammenarbeiten, um die Gefahr zu verhindern. So, das war ungefähr der Einleitungstext. Wir starten jetzt in die erste Mission Mindless Creatures und schauen nochmal, was hier steht. In der Welt von Kallitus IV wurden merkwürdige Aktivitäten gemeldet von den terranischen Siedlern. Zerg sind angekommen und die Einwohner des Planetens möchten gerne Unterstützung haben und ihnen soll geholfen werden. Um dieses Problem zu untersuchen, landet Officer Maxwell Reeves auf dem Planeten mit der Aufgabe, die Siedler zu finden und zu einem Bereich zu bringen, mit deren Unterstützung, wo wir sehen können, was dort genau passiert ist, um zu sehen, woher diese Probleme genau kommen. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir lange genug hier schon drum herum geredet, wir starten jetzt mal in die Mission. Und ich werde hier auf Hard spielen, Brutal, also ich habe ja auf Brutal immer gespielt, die Originalkampagnen, aber dadurch, dass ich hier jetzt, ja, auch ein bisschen die Story mehr genießen will und nicht immer nur den Kampf mit dem Spiel suchen will, werde ich auf Hard spielen. Ich denke, das sollte ganz gut sein, Casual und Normal ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, aber Hard sollte hier, glaube ich, der richtige Schwierigkeitsgrad für uns sein. Hier haben wir hier schon eine schöne Cutscene, die leider ziemlich ruckelt. Planet Kallitus IV, Infested Terran Territory, A Day After, konnte ich nicht lesen. Da kommen sie, oh schade, das ist noch auf Deutsch. Ich hatte gehofft, dass die Einstellungen übernommen wurden. That's gotta hurt. The Settlers got themselves a real Zerg problem, it seems, huh? Come on, can you give me more information about the dispatch call? Ich werde das nachher versuchen zu übersetzen. I'm sure you are aware of what is going on here, correct? Der Griefs. They have infested this word and the Terran Settlers wish for their eridication. Sure, why bring me? Eliminating Zerg ain't exactly my fault. According to the reports, the Settlers believe something unusual is going on. That's why you have been chosen, to look further into this. Your first destination is here. The Terran Settlers shall elaborate you further. We've located a secure landing zone. Prepare for drop-off. Presenting Starcraft 2 Annihilation. I'm ready, moving out. So, das sind also jetzt wir. Eigentlich war das gerade das, was ich gerade schon berichtet habe, deshalb muss ich das nicht groß übersetzen. Wir sollen erstmal die Siedler finden und dann weitere Sachen untersuchen. Ich sehe gerade, ich muss mal eben die Hotkeys umstellen. Ich mache eben schon mal einen kurzen Cut gerade. Okay, ich habe jetzt ein paar Sachen umgestellt, unter anderem auch den Ingame-Stomp ein bisschen lauter gemacht. Wir hören jetzt hier im Hintergrund so ein bisschen immer deutsche Stimmen und manchmal englische Commands. Das ist ein bisschen schade, aber konnte ich jetzt leider nicht ändern. Ich habe das Ganze eigentlich auf Englisch umgestellt, aber was soll's. Sie ist jetzt, Katja zum Beispiel auf Englisch geredet. Aber ich denke, das sollte erstmal egal sein. Wir sind also jetzt hier Maxwell Reeves. Was können wir denn hier eigentlich? Energy Charge creates an Energy Charge that does 100 damage and stunts our ground units in the targeted area. Also damit können wir ja Schaden machen. Können wir uns gleich mal anschauen. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Ja. Hier geht schon mal nicht weiter. Ist ja schon mal schön für den Start. Ich werde für die zweite Mission versuchen, das nochmal ein bisschen hinzubekommen, dass ich das auf, äh, alles auf Englisch habe. Wir sehen uns da. Oh, das können wir so casten. Da haben wir schon ganz schön viel Schaden genommen. Ich nehme mal an, dass wir da oben gleich geheilt werden können, wenn wir bei den Terranischen Sithern angekommen sind. Ich mag ja generell keine Mission, nur wenn wir nur eine Person spielen, beziehungsweise überall ist Creep. Diese Zerg haben scheinbar wirklich, äh, sich hier eine Heimat errichtet. Oh, das ist schon geil. Die scheinen auch unendlich zu spawnen hier, deshalb sollten wir mal schleunen es hier weg. Und da sind wir in der gegnerischen, äh, in der verbindelten Basis. Hey, the Specialist has arrived. Also endlich sind wir da. Du musst Investigator Reef sein, oder? Ja, das bin ich, Soldat. Ich verstehe, äh, so wie ich verstanden habe, habt ihr ein Zergproblem hier, oder? Darauf kannst du wetten. Wir haben kaum noch was, äh, hier draußen. Gegen diese Freaks. Was ist genau passiert? Es war so plötzlich. Die sind hier runtergeflogen vom Himmel in kleinen Gruppen und haben diese, diesen Bereich überrannt. Auch wenn es klein aussieht, all unsere, äh, Truppen haben hier bis zu ihrem Limit gekämpft. Aber wir hatten einfach zu wenig Feuerkraft. Nun, äh, liegt der Großteil dieser Region in Schutt und Asche. Ich wurde informiert, dass hier komische Sachen vorgingen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Die Zerg haben einen großen, sind hauptsächlich inaktiv seit der Ankunft. Normalerweise sind sie viel aggressiver. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das scheint wirklich interessant. Hör zu, äh, nun bist du hier. Ich würde dir gerne einen Gefallen abnehmen. Einige unserer Leute sind zum Suchen weiterer Informationen und Versorgung ausgerückt. Jetzt sind sie nicht mehr da. Der Hive-Cluster, äh, ist erst entstanden, nachdem sie weggegangen sind. Es muss auf jeden Fall jetzt besiegt werden, damit wir sie wieder zurückbekommen können. Das geht ganz schön schnell. Ja, ja, mach ich, hat er auf jeden Fall gesagt. Und er kann leider nicht mit, weil er einen strikten Zeitplan hat. Ja, ja, natürlich. Zu viele unserer Leute sind schon gestorben. Ich möchte das auf jeden Fall jetzt beenden. Also wir sehen, da hinten sind die Leute, die wir zu retten haben. Das wollen wir doch mal machen. Können wir hier irgendwie geheilt werden? Ah, vielen Dank. Oh, sie helfen uns. Also, er sagt hier, wir helfen ihnen. Ich glaube, ihr könnt das ein bisschen selber lesen, ne? Also ich werde mal versuchen, so die grundlegenden Sachen zu übersetzen. Aber ich lese die halt auch das erste Mal. Von daher... So. Dieser Sanitäter hilft uns sehr. So. Das sieht doch gut aus hier. Schnell hin. Müssen alle Zerggebäude übrigens besiegen und Heavs muss überleben dabei. Okay, das hilft leider gar nichts gegen Gebäude, so wie es aussieht. So. Ziel erreicht. Sehr schön. Danke für die Rettung. Ihr seid genau zur rechten Zeit gekommen. Es sind vermutlich viel, viel mehr Zergs draußen. Lass uns das untersuchen, Officer. Okay, wir sollen also hier unten hin. Da wurde gerade hingebringt. Okay, die gehören nicht zu uns. Bestimmt für die anderen. Ne, aber wir können auf jeden Fall heilen. Immerhin. Also gehen wir jetzt erstmal hier hin. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Zerg-Cluster. Oh, das hört sich nicht gut an. Schnell die Bane-Dinge ausschalten. Sind wieder welche? Wir haben keine Energie mehr, leider. Aber ich habe jetzt auch keine Lust darauf zu warten, wieder Energie zu sammeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Katzin. Huch, was ist das denn? Sagt er auch übrigens. Schaut aus wie eine Art psionische Eruption. Was kann das wohl sein? Oh, jetzt werden wurden von ihm angesprochen. Wer ist das denn? You are interrupting important restricted operations. Care to explain yourself. Also wir unterbrechen irgendwelche wichtigen Sachen. Entschuldigung. Ich habe das Recht hier zu sein. Ich habe eine direkte Mission des Spec Ops-Kommandos bekommen. Stopp. Du bist ein Individuum, was uns helfen sollte, oder? Maxwell Reeves. Stimmt das? Ah, ihr habt von mir gehört. Natürlich. Ich entschuldige mich stark für mein unfreundliches Verhalten. Es ist eine Ehre für mich, Sie in Person zu treffen, Mr. Reeves. Können Sie mir sagen, was hier eigentlich los ist? Was macht ihr hier draußen? Ich bin Barry Baldwin und einer der Führer des CPG, einer Rebellen Group, mit dem Ziel, diesen Ort für die Leute zu bekommen, die sie es brauchen. Sie haben mich gewählt und sie glauben, meinen Zielen und meine Jahre von Erfahrung würden ihnen helfen. Interessant. Also habe ich anzunehmen, dass du irgendwas über dieses Ding hier weißt? Nein. Wir haben es gerade erst entdeckt. Wir versuchen herauszufinden, was es ist und wir beobachten es seitdem. Das scheint irgendeine Verbindung mit den Zerg zu haben, vermute ich. Wirklich? Warum das? Ja, schau dir nur alle diese Zerg-Körper drumherum an. Glaubt ihr echt, das ist ein Zufall? Das ist erst kürzlich passiert. Die Leichen sind immer noch warm. Ah, stimmt. Aber wohin führt uns das? Bisher noch nirgendwo hin. Aber wir sollten diese Dinge im Auge behalten. Wollen sie mir folgen? Auf jeden Fall. Meine Forces sind bei dir und unterstützen euch. Also wie gesagt, entschuldige mich dafür, dass ich immer so ein bisschen holprig das übersetze, aber ich lese das halt auch alles zum ersten Mal. Was zum Teufel ist hier denn los? Haben wir jetzt eigentlich Baldman auch mit dabei? Ja. Müssen wir das jetzt eigentlich untersuchen oder müssen wir jetzt weiter pushen? Ich glaube, wir müssen weiter laufen, oder? Wir sollen weiter investigaten. Das ist ja eigentlich unser Hauptziel. Wir sind aber wieder zurück. Ein Scheusal. Ich finde übrigens, dass wir wieder geheilt wurden. So, also sie haben gesagt, sie sind ein Teil der Rebellengruppe. CPG ist das right? Sind die irgendwie groß? Das ist eine Gruppe, die ich erstellt habe. Zivile Protection Guards. Der Gründer dieser Gruppe war ein Team während des Keil-Konflikts. Wir sind ein tolles Team. Wir hatten einige der besten Soldaten. Wir haben uns gegen unsere Leute hier aufgelehnt, nachdem die was genugt haben. Für mich war die Entscheidung das Schlechteste, was auf jeden Fall passiert hätte können. Diese Zivilisten hatten es nicht verdient, so zu sterben. Deshalb haben wir diese Gruppe gegründet. Ah, ich verstehe. Das scheint wirklich ein tolles Ziel zu sein. Was ist mit Ihnen? Was ist es? Wie ist es, ein Mitglied des Back-Ops Infiltration Program zu sein? Das ist geheim. Ach, was soll das? Du kannst mir doch ein bisschen was über deine Vergangenheit sagen. Das war eine tolle Geschichte, das muss ich sagen. Mehr aber auch nicht. Offensichtlich. Also es ist ein bisschen holprig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber die wichtigsten Informationen versuche ich hier überzubringen. Ansonsten müsst ihr das ein bisschen selber übersetzen. Allerativ könnte ich natürlich auch das im Nachhinein übersetzen, aber dann wird das immer zu Problemen führen, glaube ich. Hä? Was war das? Ich verstehe. Alles ist in Bewegung, um die finalen Lebenszeit zu beginnen. Hui, was ist nun los? Jawohl, ja! Warum ruckelt das so? Also da wir hier schwarz-weißes Bild haben, das heißt normalerweise immer rückblenden und spielen. Nun sind wir da. Das muss hier die Hauptstadt sein. Das, was davon übrig geblieben ist zumindest. Jawohl, ja! Jogerton scheint die Stadt zu heißen. Keine einzige Seele kann hier mehr gesehen werden. Das scheint nicht gut, das sieht nicht gut aus. Verdammt, ich hoffe, sie sind irgendwo in Sicherheit. Ich würde sagen, nein. Komm zu uns! Oh Gott! Oder wer der Teil von uns haben sie eigentlich gesagt? Das ist keine Hoffnung mehr für diese Leute. Erlöst sie von ihrem Schicksal. Ich verstehe. Aber das scheint hier ja schon wirklich, also was hier? Aber das ist kein kleines Zellproblem mehr, was wir hier vor uns haben auf jeden Fall. Müssen wir darauf achten, die Bellen gefühlt sich auszuschalten. Wir haben auf jeden Fall auch schon Teil unserer Armee verloren. Trotz unseres eifrig heilenden Sanitäters. Hauptsache der stirbt nicht, weil dann können wir nichts mehr heilen. Also hier sind Rocks, das hat mich etwas verwirrt. Wir sehen diese Rocks allerdings nicht. Können wir sie nicht angreifen? Das ist eine neutrale Einheit, okay. Scheinlich wird das nachher irgendwie veröffentlicht oder geöffnet, nicht veröffentlicht. Oh. Schau mal, unser Backup ist angekommen. Es ist eine Ehre, ein paar Überlebende zu sehen. Barry Baldwin und Officer Maxwell sind das hier. Wir haben von ihnen gehört, es ist eine Ehre. Was ist hier los? Also wie habt ihr das gehalten? Ziemlich schlecht, muss ich euch sagen. Die Zerg haben uns angegriffen und die Regionen hier. Wir haben uns geschafft, zurückzuziehen und diese Position zu verteidigen. und die andere haben wir aufgegeben. Wir sind in sehr, sehr schlechter Verfassung. In den letzten Stunden haben die Zerg uns konstant angegriffen. Wirklich? Das ist interessant. Ich wurde informiert, dass die Zergs inaktiv sind und habe mich über die Siedler gesorgt. Das ist der Hauptgrund, warum ich hier hingeschickt wurde, um das zu untersuchen. Das stimmt. Abgesehen von ein paar kleineren Attacken haben die Zergs relativ still sich verhalten seit ihrer Ankunft. Wir denken, vielleicht wollen die irgendwas hier. Irgendwas, was wir hier ausgraben gerade. Irgendwas, was sie hier gerade ausgrabt? Was habt ihr gefunden? Lass mich dir das zeigen. Mit dem Tier und sie ist auch immer ein bisschen schwierig parallel. Diese Rocks sind gefunden worden ein bisschen früher, als wir die Position aufgegeben haben. Irgendwelche Zeichen sind da. Was könnte da unten sein? Was auch immer es ist, die Zergs scheinen ein großes Interesse daran zu haben. Du verstehst, was das heißt, oder? Wir müssen da runter. Die Antworten, die wir suchen, sind wahrscheinlich dort runter. Was zum Teufel ist nun los? Sie scheinen einen Angriff vorzubereiten. das ist nicht gut. Das ist es. Jungen, du musst ihnen sagen, dass deine Männer schneller arbeiten müssen und diese Rocks besiegen. Sie machen schon das Beste, was sie können, schätze ich. Wir müssen hier verteidigen, unsere Basis, solange bis sie hier graben. Dann lass uns denen helfen. Wir müssen es auf jeden Fall durch den Eingang schaffen. Verstanden, Sir Bordwen? Ich werde die Truppen informieren. Oh, jetzt haben wir eine Basis. Okay, wo kommen die Angriffe? Von allen Seiten wahrscheinlich. Okay. So, so, so. So, Vielen Dank.